Schlimme! Schlimme! Hast du auch einen Sexladen-Würfel? Was hast du? Was ist das? Ich hab nix! Du hast nix gehört! Was ist das, Alter? Das ist eine Überraschung! Was? Überraschung? Für wen? Geh dich nix an! Lern erst mal angestellt, ich spreche, ey! Aber ich freu mich immer so stark! Wieso freuen, ey? Halt deine Augen, du machst alles kaputt! Was labet ihr die ganze Zeit, ihr Schwuchten, ey? Es geht um die Scheiß-Tüte, oder? Gib dem jetzt mal jemand! Sag noch einmal, Schwuchte! Und dann werd ich dir Gegenteil beweisen! Junge, Junge! Sag mir, warum gehst du mit dem Sexladen, hä? Ja, wein, wein, wein! Ach, du kannst ja doch nicht erwarten! Das ist wegen deinem Scheiß-Geburtstag! Ja, du meinst! Das ist ein Geburtstagsgeschenk von dem und mir für dich! Gefallen halt her, Mann! Ja, aber das ist eine Überraschung! Musch Augen zumachen! Eine Überraschung! Hey, Alter, was vermischst du mir am Arsch rum, ey! Fick dich! Die ist voll scheiße drauf, die Alte! Ja, ich weiss, du hast sie eben in sein Hintertal berührt! Haha, Depp, ey! Was ist los mit der? Pfarrer, pass mal auf! Das gibt gleich voll Stress, ey! Das lässt die Alte nicht auf ihr sitzen! Hermit! Weißt du, das ist das schönste Geschenk, das ich je gekriegt hab! Na, was? Schon gar nicht! Na, was müssen jetzt zwei Tütteltabeln da schon wieder? Haha, ja, ich weiss gescheit! Wenn man sich erst mal an seinen Hintertal berührt, dann? Dann was dann, Depp, ey! Ruhe! Ja, ich weiss! 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 Vielen Dank.